Geht wieder Abstand, ohne Sie gehen. Jetzt rede ich. What? Okay, Sie verlassen jetzt den Platz. What? Sie verlassen jetzt den Platz. Ansonsten gibt es hier eine Strafanzeige. What? Wir haben hier eine sehr gute Kooperation mit der Polizei. Wir haben hier den ganzen Tag. Ich hoffe, ihr euch jetzt umzugehen. Aber die Polizei war sehr kooperativ. Die Maske, insofern ihr nichts befreit bleiben wolltet, bitte aussetzen. Den Absatz halten und die Spenboxer vorbeiget in das Brauneer. Und die Spenboxer vorbeiget in das Brauneer. Bleibt einfach mal zwei Wochen zu Hause, dann ist alles ganz schnell vorbei. Bis zum nächsten Mal. Wir fordern hier ab sofort als Querdenken 711, alle Querdenkengruppen auf, einen Mega-Lockdown in Deutschland zu unterstützen. Wir von Querdenken 711, wir achten darauf, dass dieser Abstand eingehalten wird. Das ist doch hier kein Tanzverein, kein Konzert. Es geht um die Befreiung der ganzen Völker, die Befreiung der Menschheit. Ob die NDO heute siegt oder nicht. Ich bin mir heute sehr sicher, dass Querdenken tief mit drin steckt.